Willkommen zurück, heute mit Video 17 der magischen Zahl. Truthbomb vorneweg, ich nehme mir jeden Tag nur ganz wenige Aufgaben vor. Wenn das für dich unmöglich erscheint oder wahlweise auch gerne nach Bullshit klingen mag, vollstes Verständnis. Aber lass mich erstmal ausreden und diesen Beitrag hier mit dir teilen. Wenn du das als für dich festgelegten Rahmen akzeptierst, dann wird das deine allgemeine Zufriedenheit, deine Einstellungen zur Arbeit, deine Produktivität revolutionieren. Das verspreche ich dir. Die meisten Menschen beginnen jeden Tag mit einer nicht endend wollenden To-Do-Liste. Sie schreiben im Prinzip alles auf, was ihnen einfällt. Man weiß vorher schon, dass man das alles gar nicht schaffen kann, aber das hält die Menschen nicht davon ab. Das haben entsprechende Studien nachgewiesen, zwischen 12 und 18 Aufgaben für einen einzigen Tag auf die To-Do-Liste zu bannen. Und ich weiß das, weil ich das jahrelang so gemacht habe. Bloß ist Enttäuschung dann vorprogrammiert. Selbst wenn du am Abend feststellst, okay, ich konnte 5 bis 6 Aufgaben hier vielleicht heute abhaken, dann fühlst du dich wie ein Versager. Und wie du dich fühlst, wenn du dich von der schieren Menge an To-Dos hast lähmen lassen und gar nichts gemacht hast, darüber brauchen wir gar nicht reden. Wie so oft gilt auch hier das Pareto-Prinzip, die 80-20-Regel. 20% deiner Aufgaben von der To-Do-Liste generieren 80% deiner Resultate. Und jetzt haben wir eben gehört, dass die durchschnittliche To-Do-Liste zwischen 12 und 18 Aufgaben umfasst. Treffen wir uns der Einfachheit halber in der Mitte. Dann sind wir bei 15 und dann stellen wir fest, 20% von 15 sind 3. Unsere magische Zahl ist, das wird dich jetzt zu dem Zeitpunkt wenig überraschen, die 3. Das bietet sich schon deshalb an, weil unser Gehirn sowieso Informationen in Triplizität, sprich in Dreigliedigkeit organisiert. Aber mal unter uns, die Zahl, die du auswählst, ist eigentlich ohne Bedeutung. Das Einzige, was du dabei beachten solltest, ist, dass die aktuelle Forschung es nahe legt, dass unser Kurzzeitgedächtnis ohnehin nur zwischen 2 bis 5 Informationseinheiten zeitgleich verarbeiten kann. Das Entscheidende ist also allein, dass du eine Obergrenze wählst. Und vielleicht fängst du auch langsam an, ein Muster zu erkennen, das sich durch diese komplette 21-Tage-Challenge zieht, wenn du an die Arbeitszeitrestriktionen und die dazu passenden Beiträge zurückdenkst. Das mag zunächst gekünstelt auf dich wirken, aber es zwingt dich dazu, nur diejenigen Hebel zu betätigen, die auch wirklich Wirkung zeigen. Gerade für unsere Zwecke ist besonders wichtig, dass wir damit auch der Überforderung vorbeugen können. Und Überforderung ist eine der häufigsten Ursachen für Prokrastination. Und darum geht es uns ja gerade. Warum können wir uns denn jetzt mit einer kürzeren To-Do-Liste vor Prokrastination schützen? Naja, wir beginnen den Tag in dem Wissen, dass wir ihn auch tatsächlich erfolgreich abschließen können. Wer spielt schon gerne, wenn er von vornherein weiß, dass er verliert? Ich jedenfalls nicht. Ich kann dir gar nicht sagen, wie gut es sich anfühlt, wenn ich am Ende des Tages alles abgehakt habe und wirklich den Tag auch als erfolgreich abschließen kann. Und wenn du glaubst, dass nur drei Aufgaben pro Arbeitstag dich so gar nicht richtig nach vorne bringen können, dass das einfach zu wenig sei, das sei nicht ausreichend, um wirklich was zu bewegen, dann lass uns das mal aufs Jahr hochrechnen. Angenommen, du arbeitest 250 Tage im Jahr und an jedem von diesen erledigst du drei wirklich wichtige Aufgaben, ohne diese Aufgaben zu prokrastinieren, indem du etwas anderes machst oder dich einfach lähmen lässt. Das sind 750 wirklich wichtige Aufgaben pro Jahr. Kannst du dir so langsam ausmalen, was das für dein Fortkommen bedeutet? Wie du dir weniger vornimmst, aber es tatsächlich auch machst, erfährst du, wenn du zur Linken schaust und die Handlungsanweisungen befolgst. Bis morgen.